So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Feed the Beast Horizons. Ich war das letzte Mal tüchtig hier am Gärtnern und bei mir pflanzen und heute machen wir mal ein bisschen mehr im Untergrund. Ähm, dazu machen wir uns mal das Beste. Ich bin mal ein Ofen. Ja, zwei Ohröfen. So, wir haben halt noch kein Eisen. Ähm, ja, wir können jetzt Holzkohle herstellen, aber naja. Jetzt noch eine Steinspitzhacke. Und ähm, eine Steine oder eine Axt. So. Das geht rein. Beginnen wir mal mit der Reise. Ähm, ja, die lassen wir noch. Gehen wir wieder in diese Höhle dort. Und schauen, was sich dort noch befindet. Das ist Obsidian. Ah, von Thamcraft. Also, gemeißelter. Ich hab keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Aber scheinbar ist es von Nutzen. Es ist so ein Totem. Ach, die kann man nicht abhören. Hallo? Ist hier was? Kann man auch nicht abhören. Das ist das Astralsilber. Okay. Ja, schade. Jetzt suchen wir uns eine andere Höhle. Das bringt hier nichts. Wir nehmen das Kopfer hier noch mit. Ja, schon kaputt. Jetzt sehen wir uns. Ja, das ist es. Nichts da. Ich weiß ja, es ist einfach gut. So. Gehen wir mal hier entlang. Was ist das? Drum. Ha, Cherry. Wie schnelllegen, Joppa. Scheiben wir nicht so. Am wenigstens haben wir Kirsche. Wir müssen ja so vernutzen. Ich bin einer der nicht so Kirschen mag. Ich habe einen erhöhten Geschmackssinn und so. Aber ja. Kann man nichts machen. Es ist einfach weniger. Ok, schön. Na komm. Wir müssen ja so ein schönes Gebiet sehen. Ich habe irgendwie die Welten von Restgobium ein Blending gesehen. Ich habe hier noch Licht gesehen. Gehen wir mal dort hin. Ich glaube, dass es noch nicht ausläuft. Aber man kommt hier. Da gibt es rote Blumen. Noch ein paar Baumwoll. Bäumchen. Und schon besser. Und hier gibt es einen roten Baum. Dann finden wir den mal. Okay. Red Steinleaf. Red Steinleaf. Red Exploration. Red Exploration. Ok. Da ist noch was zu sehen. Da ist wie Aluminium. Nein Quartz. Ok. Das Gravel 6 können wir glaube ich nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Oh, da ist schon das erste Gebiet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie die heißen. Wie das Gebiet dort heißt. Hier haben wir zum Beispiel die Tiger. Aber hier gibt es glaube ich auch schon im Originalspiel. Vom Namen her kommt mir das Bekampf. Komm. Ich will nicht so lange warten. Gib mir doch noch ein paar Sets legen. Keine Sichtbar. Ich wollte jetzt in den Untergrund gehen damit nicht zu viele Monster wieder spawnen. Aber wir können uns immer noch nicht so gut wehren. Müssen wir wahrscheinlich nochmal kurz cheaten. Ja komm. Wir haben noch genug Action später. Nein das ist übertrieben. Also für den Anfang ist die Spawnrate schon extrem hoch. Da machen wir nur Werkzeuge kaputt. Reicht nix. So. Zwei reichen. Die sind Entdecker, keine Schlachter. Die sind hier nicht im Schlachthaus. Die sind hier. 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 Die Riepe. Da kann man nicht so... Das Kopf ist mir nicht. Dort ist ein Eis. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe jetzt. Ich werde das hier auf. Ich werde das hier auf. Schade. Ah, da habe ich schon. Da habe ich schon. Puh. So. Setzling. Ja, Setzling. Ich brauche Setzling. Setzling, Setzling, Setzling. Okay. Okay. Schwarze Pferde. Schwarze Pferde. Okay. Einen haben wir. Einen haben wir zwei. Okay. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Dort hat er wieder eine Baumflüchte. Okay. Okay. Oh nein. Jetzt ist es so klar. Ist gut versteckt. Hier herumliegt. Okay. Dann kam es in die grünen. Okay. 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 Jetzt reicht. Mehr will ich jetzt da nicht. Okay. Hier hat einer. Komische Pflicht. Gerade gleich. Schnell. Das ist Nutmeg. Wo kann man die essen? Nö. Wir schmeißen mal das Unwichtige raus. Und nehmen da dritte noch diese Früchte mit. So eines von Clou. Ehm. Eine Pier. Sieht aus wie eine Crapfruit. Okay. Ja. Das ist echt. Was wir nicht wissen. Was ist. Was bringt. Da müssen wir nicht so viele mitnehmen. Schauen wir den Wald an. Mal schauen was es so hier gibt. Magical Forest. Okay. Da ist noch eine Frucht. Sieht aus wie Kirsch. Ja. Ein bisschen Kirsch. Hm. Hallo Spinchen. Ist die Acker? Ist die Acker? Ah. Geht nicht. Ah. Dasselbe Wut. Das kann ich noch als Feed. Bist. Leid. Hier gibt es überall Früchte. Was ist das? Mahnerbohne. Vielen Dank.